so was geht ab ich war gerade auf der toilette und da bin ich so durch facebook gegangen und sowas so wie immer halt und was habe ich da gesehen neues event überraschenderweise jetzt ende september was es letztes jahr nicht gab und ich blende hier eh alles ein ich weiß gerade nicht was für ein event das war sonnenwende ok und das ist doppelstar das jeder hat sich ein doppel sternstaub event gewünscht und hier ist es vom 22 september ab 22 uhr cst bis zum 2 oktober 22 uhr cst gibt zwar empfangen und ausbrüten doppelsternen staub alles klar und dann gibt es halt auch noch neue sachen aus den zwei kilometer eiern kommen besondere sachen wie zum beispiel janera wollte sagen die also so wie die zwei kilometer aus dem event so war es so ein event im oberhausen zum beispiel und dann gibt es besondere boxen das ist interessant mit glückseiern log module und den brandneuen super inkubatoren 1,5 mit dem kann man halt 1,5 mal so schnell brüten und da gibt es noch einen extra bonus und zwar gibt es die dreifache menge an punkten eps für neue decks einträge das wäre für uns für die meisten spieler nehme ich mal an eins und zwar entweder suikun oder raiku das dann im nächsten monat kommt aber ansonsten müssten eigentlich alle die meisten pokodex einträge haben was mich aber auch eine idee gebracht hat und zwar den zweiten account den ich weggeworfen habe den ich pausierter wenn der jetzt zu dem event so viele neue einträge bekommt mit mal drei ep ich könnte den so hat so schnell leveln ob ich das überhaupt will aber ist auf jeden fall eine überlegung wert aber ansonsten für alle casuals die noch nicht alle decks entgegaben sollte das nehmen motivation sein jetzt jetzt endlich paar sachen zu entwickeln oder die letzten bonbons zu sammeln näste abzuchecken und dann endlich die sachen entwickeln zu können ja ich bin gespannt es ist ein eher schwaches event meiner meinung nach doppelstar das ist eigentlich gar nicht so effektiv doppel ist eigentlich nur so kass weil man mit dem glückseiern eigentlich vier mal so viel ep machen kann und sagen wir jetzt eine woche ist halt doppelstar das theoretisch machst du halt so viel ep nicht so viel sternstaub wie du halt in zwei wochen machen würdest sprich wenn anstatt jetzt diese eine woche krank zu spielen sagen wir du hast jetzt in dieser einen woche 200.000 sterben stoff ist glaube ich unrealistisch man macht wahrscheinlich viel viel mehr aber sagen bist du einfach so damit wir ein beispiel haben da könntest du normalerweise machst du dann 100.000 in der woche dann könntest du einfach zwei wochen gechillt spielen und die 200.000 machen anstatt bei dem event abzugehen und da in einer woche 200.000 zu machen dementsprechend ich bin nicht so begeistert von doppelstern stopp aber natürlich ich freue mich nimm es mit besser als gar nichts ist bisschen langweilig geworden also ein bisschen schwung in die bude hier aber ansonsten war es das kleines event jetzt in zwei tagen morgen kommt die mutilates die ex rates da bin ich nicht eingeladen aber paar kollegen haben da eine einladung dann werde ich das ganze film und das donnerstag heute mittwoch genau und freitag beginnt das event also bei uns wahrscheinlich samstag dann so wie immer durch die zeitverschiebung so kurze ergänzung noch am ende weil kollege der felix mir gerade geschrieben hat und zwar gibt es die theorie die wahrscheinlichkeit die möglichkeit nicht wahrscheinlichkeit dass gen 3 mit dem event kommen könnte weil neue decks anträge kaum einer hat noch neue decks anträge und das würde perfekt passen ich bin da eher skeptisch war mit glückseid werden das sechsfache ep für einen neuen decks antrag ein neuer decks antrag bringt 500 mal 6 das sind 3000 mal was weiß ich viele pokémon es gibt sagen wir sagen wir 100 machen das sind mein gott ich brauche kurz in taschenrechner okay eigentlich sind es nur 300.000 was eigentlich gar nicht so viel ist sprich ich habe ich mich gerade selber davon überzeugt dass es doch vielleicht möglich sein könnte dass gen 3 kommt also das ja richtig krank aber schreibt unten in die kommentare ob ihr dann glaubt dass gen 3 kommen könnte das wäre natürlich richtig krass gen 3 halb ich hab dir das als erstes gehört ich hoffe mal aber ansonsten wenn nicht dann das normale event doppel ist da das reicht eigentlich auch wir wollen es echt nicht überall mit den ganzen gen 3 sachen da könnt ihr meiner meinung nach eigentlich noch echt warten aber schreibt das unten in die kommentare allgemeinungen soll gen 3 jetzt kommen wer wird gen 3 jetzt kommen und seid ihr gehypt irgendwie halte ich mich gerade selbst keine ahnung warum aber los geht's schreibt unten in die kommentare allgemeinungen bin jetzt bisschen überrascht habe echt gar nicht damit gerechnet ich wollte hier jetzt eigentlich den livestream starten aber jetzt durch dieses video hier werde ich mir das nochmal überlegen wir werden sehen aber wie gesagt schreibt unten in die kommentare allgemeinungen zum event freut ihr euch drauf habt ihr noch texteinträge wo ihr das ausnutzen könnt und mal schauen was in diesen speziellen boxen ist boxen immer gut meistens zumindest aber das war's wie mal liken subscribe kommentieren check die an wie es ab folgt mir auf instagram facebook und twitter vergesst nicht pokémon ist hier das business